Die Philosophie, ich habe da nie in einem Märchen zu tun. Das ist doch schön. Also was haben die nicht gesehen hier, das muss weg dann. Ja, je nachdem. Guck mal, ich habe mal gehört, dass in Paris der Gouverneur, also Gouverneur sagt man heute, der Stadthalter von Paris, der als Frankreich besetzt war, da war es genau so, Paris sollte platt gemacht werden. Nein, umgekehrt, ja, das sollte platt gemacht werden. Aber in Paris, die haben gesagt, nein. Und aus Berlin kam die Order, das soll platt gemacht werden. Und der Stadthalter in Paris hat gesagt, nein. Und der hat gesagt, um Gottes Willen, er ist so ein Kunstliebhaber, das kann niemals nicht. Das ist eine Schande, wenn man so etwas macht, die haben sich dagegen gestellt. Hätten die einen anderen da reingehabt, wäre es schade. Genau so ist das. Und das war auch mal Zufall, dass ich das mal so, also auch nur in den Medien mal gehört habe.